Ihr Warlocks könnt doch gute Informationen synthetisieren, oder? Zieh dir das bitte mal an. Diese Stadt ist beeindruckend. Sie heißt Niobuna. Ihr solltet sie mal im Cloud Arc sehen. Cloud Arc? Dort leben alle Einwohner von Niobuna virtuell. Ich beschütze die Stadt und ihre schlummernden Körper. Lassen wir uns nicht ablenken. Das Wichtigste ist, den Schleier zu sichern, bevor Kalos es tut. Und zwar schnell. Scheiterts hätte all der Aufruhr die Wechsel der ganzen Stadt aus ihren verdammten kleinen Ameisenlöchern gelockt. Das ist gerade unser kleinstes Problem. Geh weiter, Hüter. Tja, da kommt noch ein kleines Problem obendrauf. Anscheinend hat die Schattenlegion zwischen euch und eurem Ziel ein paar Barrieren errichtet. Ich habe eine Schlüsselkarte mit Hilfe der Stadttechnologie gefunden, die für die Barriere nützlich sein könnte. Ich suche noch mehr, aber damit kannst du anfangen. Ich habe eine Schlüsselkarte mitARY hier, die für die Barriere nehmen. Das war's. 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 Das war's.